Hey Leute, wir sind hier im Daueraufnehmen. Boah, meine Festplatte ist jetzt schon gut. Boah, meine Festplatte wird danach so voll sein. Was schon nicht sagst. Okay, ich hab 1,5 Dollar, also auch meine PC. Speichern, ne? Muss man ja betonen. Ja, ich hab nur ein Letto. Ich weiß nicht, wie kann ich das noch 4,5 Tag? Hast du keine Festplatte? Nein, ich hab keine Festplatte. Das ist, äh, Kocke. Ja, das ist das Wohl. Ich glaub ich werd' ein paar Folgen auch löschen müssen. Das ist ein wie lang man nur noch aufnehmen. Ich würd sagen, dass es die letzte Folge, oder? Äh, ja, ja, oder noch eine? Nein, das ist jetzt alles, es ist gleich ein. Auch doch nix. Okay, muss morgen, muss morgen nochmal aufstehen. So, so ne, kocke. Ah, ah, warte, ah, der Arm, die, Armst, die Lasse, komm. Den muss ja ne Frage, woraus macht man, ähm, ähm, ne, diesen, Peter Wurls. Äh, wie heißt, Wörter Bray heißt das, glaub ich. Das, was die, äh, Monster da drauf ist. Von Chunk. Genau. Bei mir ist es Wort, Wörter Bray. Äh, Wörter Bray. Wörter Bray. Und, äh, Wörter Bray. Aber irgendwie, äh, das, äh. Das, äh. Nee, das muss ich beim Demon Alter machen. Ja, das hab ich auch gerade schon versucht. Das hat aber auch nichts. Ja, keine Ahnung. Soll ich mich noch, weil, oder, soll ich Dings probieren? Das Powder kriegst du von der Druiden in der Nacht. Ich hab wie Druiden nicht. Ich hab nicht halt nur in Häuser gebaut. Und ich muss jetzt nämlich erstmal bis zur Nacht warten. Hm. Eigentlich wär's hier jetzt der perfekte Moment, um die Folge zu bringen. Also eigentlich, äh, bereite ich mich grad vor, Dings zu machen, aber... Oh, ne, ne, ne. Okay. Ey, waschne nimmeln. Ey, waschne nimmeln. So, die alles gekückeln. Da haben die Tür rausgerissen. Ich glaub, ich glaub, ich hab' ich nicht genug hatte. Es könnte sein, dass ich nur noch nicht zu erde bin. Weil... Das beste wäre immer noch mein Vater steht gleich auf. Ah. Ach so. So. Ich hab dein Vater, ich hab' dich ja. Ich brauche mehr Holz. Wer wird das reichen? Ich bin mir sicher, ich brauch' verdammt viel Holz. Ja, mach' gucken, wird schon klappen. Der Arms-Dealer, auf den hab' ich gewartet. Ich hab' schon wieder komplett vergessen. Ich wär' jetzt ohne Munition dahingerannt. Ja, ich muss jetzt warten, bis es nachts ist. Danke. Bei mir zu Hause ist es ja jetzt nicht. Ich glaub' das wird an Munition reichen, mehr als 1000. Soll ich's probieren? Ja. Was wirst du machen? Wollen wir noch gut tun? Jo. Mit welcher Pistole? Undertaker. Schaust du. Wenn nicht bist du schuld, Christian. Ja, ähm. Ich glaube, ich habe mich gestoppt. Und ich schaue mal auf 15 Minuten runter. Ich fang dann zu stoppen, ne? Ja. So. Ihr seht ja, mir ist langweilig, was zu tun. Ihr seht ja, ich hab' gerade mein Campfire gepolt. Ist okay, gepolt. Da hab' nichts gegen Polen, aber das sagt man so. Wenn jetzt kommt wieder irgendwer und sagt, äh, du hast was gegen Polen. Äh, was ist, äh. Äh, Alex, äh, diese Videos schaut nicht mal. Ja, aber... Flamer gibt's immer. Hey, ich hab' ne Pistole, äh, ich hab' ne Kiste gefunden. Das ist gut. Was ist drin? Na, scheiße. Gut. Das freut mich. Ich hab' die Kraft jetzt ein bisschen überlobter. Äh, der Christian ist hinten. Ah, über die ganzen Videos zu machen. Hm. Was du mir nicht sagst. Es ist gleich schwer. Ich werd' empfangen. Und springen da erstmal Vollfell rein. Weil mein Haken zu kurz war. Ganz ehrlich, eigentlich bringt's bei mir diese Folge überhaupt nicht, weil ich weiß, was ich machen soll. Also, ich weiß, was ich mache, deshalb ist diese Folge ziemlich wichtig für mich. Wenn ich fehle, dann fehle ich halt. Finde ich halt noch einen Undertaker. Oh Gott, das ist ein Gegner. Das war ein Slime, den ich nicht gesehen hab. Das war knapp. Ich hoffe, wir können alle gut sehen. So. Und wir können auch noch mal einnehmen schenken. So. So, ich weiße. es ist einfach nach dass die kiste Alex wir nehmen aber nicht jedes Mal zu lange auf wir haben letztes Mal haben wir gar nicht so lange aufgenommen doch noch mal länger vom letzten Mal passt eigentlich schon ich glaube den Ton von mir hat man gar nicht weil ich höre den Ton selbst nicht das ist gutmütig ja aber aufhören ist das so schlimm doch ein bisschen was du hörst nein das sind einfach zu leise nein das abbauen wir euch nur die Musik unterrufen das ist da irgendwie besser gespürt dann leckte es nicht möglich ich bin auch total müde also damit diese Folge ist einfach mal frühzeitig beenden nein sorry ich bin gerade am bauen na gut dann noch ziemlich von der Arena ist dort aber ein bisschen weich bei den Bodenplattformen ziemlich sparen muss aber ziemlich also nur noch jeden zweiten Block oder so habe ich ich fahre also diese Folge schon bei Alex ich mache nichts interessantes schlecht ist so richtig abflägen was du musst nichts interessantes ey das ist schlimm genauso schlimm über Minecraft ne da hat man auch nie lange Weile es gibt so Leute die grong die spielen das einfach durchgängig so boah ist das geil boah das ist ja der allein alle anderen sind und ja 1.800 ich weiß es können nein so weit ist dann noch nicht hoffe ich mal das wäre sonst ein bisschen zu übertrieben finde ich ich kann ja mal nachschauen ähm ja YouTube ey was für ein Fanservice hier ey unsere Zuschauer die das wahrscheinlich eh nur keine Ahnung wie viele Leute sind trotzdem danke fürs Zuschauen die Prozent von der Fanservice wie sagen viele Minecraft folgen Kronkatt an sich und das ziemlich interessant ja der übertreibt der Zeit kann Minecraft übertreibt einfach nur ich habe auch gesagt ist der wo ich kann Minecraft jetzt auch nicht wirklich äh drei Jahre später das kommt schon das das später ist stattdessen was das ziemlich das selten ist also wieder tausend folgen das er hat er hat was für aber der macht es auch mit anderen zusammen zu was macht er mit anderen zu dann ist mein Kopf ist der hat das Ding der gemacht Prozent Prozent scrollen 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 1.000 abo special ne 1.000 abo special war da oder war das die tausend zum mein Kopf oder nein das war ein million abo also okay schon lange kann man doch da mein Kopf Folge 1251 war die letzte sind es soll nach der das ist sogar noch Leute die folgen gucken ich habe mir mal so drei Folgen von dem angeguckt hintereinander ich dachte mir so wie kann man einfach Minecraft so lange spielen dann habe ich irgendein anderes ich bin so blöd ich wusste es nicht mehr abbauen ich habe zu viel Zeit verträdelt aber ordentlich ich muss es nicht es ist praktisch ich habe die Idee ich suche mit Graffiti Trank nach in der Insel trotzdem nicht bei Christian gucken der macht nur langweilige Sachen ich muss dir mal irgendwann diese Arena zeigen voll im Sparmodus und so kacke beleuchtet kein die in der Insel ist der ich habe noch zwei Minuten ja Christian wir machen jetzt noch ja gleich vorbei da kann ich noch eben boah Gott die war kacke ich habe gefehlt ich habe gefehlt ich habe noch eine Granate ich muss noch ein Herz kaputt machen da 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 feile ich immer an der Stelle muss scheiße muss wahrscheinlich noch mal losgehen machen so eine verschwindung und dann habe ich auch gut dann habe ich nicht mehr die müssen ja diese Blatt zwar sehen auch da war eine fliege in See und ich habe sie nicht gesehen verdammt das war jetzt fällt naja weißt du was fail ist das ist nicht mehr genug kann haben wir müssen jetzt noch mal die Kuppel mit zurücklaufen darf so zu tun altkippen auch jetzt kalt und spüren zu sein auf der Tülle noch nicht nein aber ich mache es jetzt Kupfakt und ich krepiere gerade und ich darf jetzt den kompletten Weg zurückklopfen also würde ich nicht eine Aufnahme sagen würde ich einfach safe und exit machen oh Junge ich werde aber krepieren sollten wir wirklich einen Stage bauen ich bin so scheißen schlecht ich brauche eine Arena und die werde ich in der nächsten Folge bauen oder Christian Kanz kannst du jetzt bauen ich muss nämlich noch wo sind Granaten nein die brauche ich nicht jetzt doch Ecke ist das noch du hast Übelszeit und so ein Arena geht schnell ich habe nämlich jetzt paar Bomben und ich sollte so schlau sein wie ein Spiegel mitnehmen wir sind der Spiegel The Travelling Merchant das ist gut das Spiegel The Travelling Merchant The Travelling Merchant also dass ich dass ich aber auch immer nur große aufásse paint sprayer revolver psaig wir haben heute ist ein Entmixer das kleine Wichser ich glaube jetzt wird ein Regenschirm hier durch die Gegend hast du eigentlich auf Cthulhu probiert? ja, aber da erblatt nun wahr bin ich dran krepiert ich hatte es in der zweiten Form noch etwas wenig Leben und dann wie ist er zu laufen meine Fresse, ey Christian Hermitz ungefähr zusammen locker 20 voll und Herr Klaas hat damit angegeben ja ich jetzt hier kann ich zu viel aufnehmen und er hat keine einzige Folge ach komm lass ihn ich meine nur wie soll denn das nicht auf? er kann nicht wieso? äh ein kleiner Bruder äh du weißt schon dass er sein Zimmer aufnehmen kann ne? da stört sein kleiner Bruder nicht weil er Niklas immer abends spielt dann wegte aber ihn vielleicht auf oh ich hab' nen Schocker gefahren Schocker gefahren oh von nem Tauterschal rein das muss man schocker oh die Musik von Tagawaii ist kacke denk ich immer dass meine Mutter dabei kommt oder so die Musik von Tagawaii ist die Musik von Tagawaii ist die Musik von Tagawaii ist meine Fresse muss ich einfach jede Granate daneben werfen an ری Schockern jute armen jute wenigstens chirurgie jute spawn Der Timer ist gerade abgelaufen, aber den kümmert es. Womit kann ich das? Alter! Oh Mann! Man wird getötet. Ich bin so behindert. Dann fliegt die Garten wieder raus. Ja, ja, das ist... Meine Güte! So, Alex, wir hören jetzt auf. Sorry, Christian, aber ich... So, jetzt hab ich die Garnade getroffen. Ich muss hier jetzt aber gleich. Schwester ist die Garnade aufgestattet. Können wir jetzt auch fahren? Right of Couture has to worken. So, na... Letztendlich... Okay. Ich weiß nicht, ob ich gewinnen werde. Sehr unwahrscheinlich. Nein, das ist für mich. Ich hab' schon wieder. Ja, die sind cool. Machen zwar fast gar keinen Schaden, aber... Okay. Okay. Okay, das ist spannend. Und ich werde grad hart verlieren. Oder auch nicht. ... und es ist sie gut aus ich habe schon viele Kriper kaputt gemacht aber die die letzten machen zwischen Problemen okay jetzt ist es nicht die gewählte tun das ganz es das ist die Bewerbungen zu beurteilen die Weg die Weg die Erfüllung das ist ich werde zu sehr auf meine Heilung erachtet nein Christian es hatte 38 Leben das kenne ich wohl auf der Schatten 3 bis 38 dafür habe ich 3 ziemlich viele Schuppen bekommen und mein Fassel wie viel brauch ich ein Führer 5 15 15 und heißt ich hätte ich jetzt also Leute das war's mit auf einem Session bis dann das ist schön